Als die Wilderer die Bärin Zelder getötet haben, was ist denn eigentlich mit ihrem Jungen passiert? Verhungert, Clara. Und der Vater? Ich geh heute zu Fuß. Zu Fuß? Dogenwald! Guten Morgen. Thomas, du kannst dich da hinsetzen, neben Clara. Okay. Gehst du nach Hause? Steig auf, ich fahr dich. Die Dorfleute zerrten die Hexe aus der Bärenhülle. Im Morgengrauen führten sie die Frau zum Scheiterhaufen. Die gepeinigte Frau verfluchte das Dorf und stieg aus den Flammen. Bis heute lastet der Fluch der Bärenfrau über dem Land. Ich hab es gesehen, Mama. Das Junge von Zelder. Ach, Clara. Wirklich? Aber du glaubst mir. Es gehörte der Bärenfrau. Du hast eine Gabe. Und du hast den Blick. Clara, komm! Du hast sie gesehen, nicht wahr? Susanna. Sie ist immer noch da, die Arme. Und niemand hilft dir. Es ist manchmal so, als ob ich sie werde. Und dann Dinge sehe, die sie gemacht hat. Clara, ich hab Angst um dich. Ich geh sie suchen. Er hat sich verletzt. Clara! Da oben! Susanna! Komm, hilf mir! Nachdem ich ihn einslassen? Untertitelung des ZDF, 2020